Walt Disney Pictures präsentiert einen neuen, umwerfenden Zeichentrickfilm. Sie werden sich vor Lachen biegen bei dieser Filmkomödie. Mit atemberaubenden, schier unglaublichen Abenteuern. Vorsicht! Eine liebenswerte Parade köstlicher Disney-Originale. Mit der niederträchtigsten Ratte der Welt. Ich bin keine Ratte! Das ist Rattenzahn, ein Schurke, den Sie mit Begeisterung hassen werden. Oh, ich liebe es, gemein zu sein. Paisel, pass auf! So hab auch, pack mir das Leben an. Freuen Sie sich auf die wunderschöne Musik, auf all die wirklich tollen Überraschungen und den nicht endenden Spaß im Disney 26. Abend füllenden Zeichentrickfilm. Bye-bye, Paisel! Bye-bye! Auf Wiedersehen, Freunde!